Hallo aus Nöckling, ich bin gerade im Haustest Geldes bzw. darüber und zwar in der Mietwohnung, die wieder frei werden würde. 73 Quadratmeter für eine Bruttomonatsmiete von etwa 540 Euro wären sicher eine tolle Gelegenheit, sich hier in diesem Erholungsdorf im südlichen Waldviertel und das ist jetzt abzumachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020